und die erst essen wenn du jetzt ist dann hast du auf jeden HP aber lass uns auch noch ein wenig übrig Joker ja warte ich wüsste dass wir jeden Tag noch nur drei oder was soll ich hab zwei gegessen ach so nee das wird ja nichts warte mal egal ich bin ich muss dann gleich gucken nach Verbänden warte warte hier hier ich hab noch Verbände ah ich fand es witzig dass wir uns hier wiederbelebt haben zu fünfmal runtergefallen schade dass da nicht schade dass das auch nicht irgendwie in-game bekannt gegen Wettoppel jetzt deine Belohnung geschafft und jetzt in zwei ja das wär ich das wär geil ja was geht Wortneidig du Wurst hahaha was ist das so also wie heißt denn der Emote überhaupt den Kimglapp oder? ja ach du scheiße komm Alka mach mal deinen Lieblingsmove oder den hier warte mal warum hat Kim noch nicht bereit gemacht? ich hab noch was warte das hab ich euch gar nicht gezeigt ich esse lieber Popcorn ich weiß aber gar nicht wie der hier aussieht ach nein er hat sich den Tanz gekauft hahaha ich will mir den auch gleich holen ich brauch nur sechs Stufen dann hab ich die 100 V-Bucks ja die 500 V-Bucks was hältst du von dem Emote Joker? hahaha perfekte mal gemacht bereit joker war markus einmal ruhig dann haben wir die gold team radio party fünf haben wir gut aufgenommen in guter qualität auf jeden fall es war noch zeiten wir haben unterschiedlich das war ein gutes lp jeder kann wir haben verschiedene skins und wenn und wenn jetzt das video sehen wollt dann geht auf jogger trash kanal joker trash das ist die urqualität, das war Qualität vom feindsten geht auf die playlist jungs erster part haben ja schon gut angefangen die qualität ne haha die konnte halt echt nicht mehr sinken das guck und du musst es in jedem Part einfach machen, weil weißt du, dann ist die Erwartung so niedrig, dass du eigentlich alles machen kannst. Joker, Joker, guck mal hinter dir. Ja, toll. Ja, toll. Nee, sicher nicht. Loni Lodge, komm lass Loni Lodge. Hast du Krebs? Nee, hab ich nicht. Ich hab nur die Herausforderung noch nicht gemacht. Lass mal hier hin. Lass mal da hin. Lass mal da hin. Ja, okay, Alex ist cool. Alex ist cool, Fett. Ja, okay, komm mit hier, Fett. Lass mal da hin. Was wollt ihr eigentlich? Ja, was wollen wir jetzt denn? Lass mal hier hin, Jungs. Lass mal da oben. Ja, Loni Lodge. Nee, Alex, komm lass mal echt Loni Lodge. Ja, gehen wir auch. Drei, zwei, eins. Ey, lass mich mal bitte die Truen dort öffnen, okay? Ja, ja, kannst du gerne machen. Dann würde ich dir aber empfehlen, entweder beim Haus zu landen, auf dem Turm oder bei dem anderen. Das ist bei der Villa sind auch, glaube ich, zwei. Ich geh nicht, ich geh nicht direkt nach Loni, obwohl doch, ich bin eben noch. Ey, wär voll cool von euch, wenn ihr bitte die Truen mir lassen würdet. Zumindest nur sieben. Was soll das, Alkan? Ja, nur sieben. Gibt wahrscheinlich nur vier oder so. Alkan, willst du das Fahrradvideo, oder es gibt noch? Hier ist eine Kiste, hier ist eine Kiste im Turm. Ja, toll. Willst du die auch machen? Hauptsache, ich bin gerade beim Haus. Wie viel brauchst du denn überhaupt? Wie viel Truen? Ja, sieben. Das sind zwei Truen bei Dingen. Ja, im Dings. Ja, aber wir müssen jetzt, ja, jeder von uns braucht aber auch eine Waffe, bevor gleich Gegner kommen. Ja, komm, fick doch auf den Bauern. Also, ich hab ja auch, dann geben wir ihm zweimal dorthin. Ja, wenn, dann öffne ich nur eine Kiste. Ja, aber wenn, wenn, dann geben, ja, dann öffne ich ihm die eine, komm, weil, dann geben wir ihm zweimal hierher. Hier ist noch eine, hier ist aber noch eine. Ja, morgen, ich hab ein Jumppad und Lagefeuer. Ich hab doch voll die geile Gegend. Ja, dann komm hierhin im Turm und hier unten drunter ist eine. Ja, ich bin jetzt unterwegs. Okay. Ich wollte die geile Gegend. Soll ich das Jumppad benutzen, um zu dir zu kommen? Ja, mach mal. Nein. Wie gesagt, oben am Turm. Das lustige ist, Fabi hat's safe gemacht. Fabi hat's safe gemacht. Ja, weil er nämlich dumm ist. Gute. Ja, weil er ist nicht cool. Der ist, der ist doch cool fett. Der ist cool, nur. Hey, Fabi hat's von dem Vater. Cool. Heroes never die. Ja, wir haben so einen Spaß gemacht. Brauchst du nicht. Oh gut. Eins. Hier ist noch nicht Jess. Ja, ganz. Balenciaga. Balenciaga. Wer wird es da? Jetzt noch Kim. Anzeige ist raus. Wir machen hier kein Problem. Wer hat denn das hier gesagt, alle können ich nur du, ne? So wie wär's. Ja, nun hier haben die Geldgegeben, das hat gesagt. Ja. Ich dachte, ich hätte das Geld gegeben, damit du das sagst, ne? Ganz genau. Stay high hat's gesagt. Nicht Team Balenciaga Marke, sondern Stay high, ganz genau. Genau. Junge, ich hab halt einfach keine Waffe, Alter. Was bringt das? Wo ist jetzt noch Gammelwaffen im Haus? Gammel. Gammel. Ja, ich werd abgeschossen, super. Ja, ich kann mich halt nicht wehren, es tut mir einfach leid. Bleh. Ja, was ist denn das für ein Schwachsinn? Mann, das ist doch einfach dumm, Alter. Hä? Ich hab den... Warum gehen wir überhaupt hier hin? Hier kriegt man doch keine Waffe, Alter. Hä, klar, ich hab doch auch krasse Waffen gehabt. Junge, so. Ich hab aber eine Waffel. Ich frag mich, warum der auf einmal da war. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Ich muss jetzt erst mal 10 Kilometer. Ich geh nicht noch mal mit nach Lonely, das ist sinnlos, Alter. Ich hab keine Waffen. Alex, komm, dann gehen wir Lonely, komm. Dann gehen wir Lonely. Ja. Der pusht. Dann gehen wir Lonely alleine. Ja. Was zum... Ist bei dir nur einer, Alex, oder sind es zwei? Zwei, glaub ich, ja. Kein Aim. Boah, er hat zwei jetzt gute. Oh, wusste denn, wer ich seh? Der müsste da irgendwo hinten sein. Bei 75 an dem Haus unten da bei dir. Unten der Baut, äh, linke Schuppenseite. Ja, die haben, äh, Dinge... Worten, Lagerfeuer. Der ist oben, auf dem Haus, auf dem Schuppen, oben, 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 drauf. Der ist Lagerfeuer, das von dir. Okay, hier, das von dir ist lohn, oben, 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 oben... schon mal hochbau nicht einig wir müssen hier in die zone nachher die seit junger alt habe ich rein hat gerade locker von zehn schüssen habe ich so ab jetzt werden wir runter geschossen ich brauche erst mal gleich munition ich habe es kaum ab ja gerade zehn schüsse verbraucht so so sind die kiste drin ich glaube das anmute weil die holz klug an diese holz in einer jährigen wurden auch nicht kaputt gemacht und die macht man immer kaputt ja das ist da alles obwohl die mutter dann sind es uns kippt schon die hast du nicht zu fällig oder da er ist eine shotgun brauche mit ihr spiel ist ja auch noch das ist der 16 sind mit dem mann die kohle oder das macht sieben und hat sie in der Krise Welt kommt immer so rein und das tun was wohl so auch war einmal ist er auch auf einmal kommt zu werden und nach zwei Wochen in der Zeit so weit das geht mit einem solchen mit nur ich lebe noch ja ich lebe sie immer vor der ist dann so online gekommen und jetzt online und sagte so wo wart ihr denn er bei Tomatow Traum mit mehr als gehört ich glaube unten direkt in der Stadt bei Tomatow dann und der Obwohl hier vor den Augen glaube ich Jo unten Brücke glaubt ja unten an der Brücke unten an der Brücke hab ihn eingedauert schöne Alter das war eine gute Kompader das ist gar und hinten in Tomatow in Tomatow in Tomatow nicht ganz gern komm die Gute abziehen hat jetzt zweimal dreimal ist low shot ist one shot ist one shot ist one shot ist one shot das sind vier das fort ich hau da mal kurz ab ich hau da mal kurz ab würde ich sag da ich ganz hinten sind wir auch noch vier Leute ne auf dem Berg ja ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich mann hilft mann mann ja ein bisschen magie nach kurz ist ach korrekt ein Big Mac Mini und Cola jetzt geh doch da hoch alter guck mal wie lächerlich das ist alter scheiße mann ich denke mal der läuft alter war der knapp hat eine group etwa auf der mittlerweile irgendwo weiß ja hier genau SE Situation insgesamt, also zwei waren da noch. Einer habe ich gerade genocht. Junge, Alter, wie hat denn denn? Oh lol, da ist auch noch einer. Lass mal da hin. Da ist jemand niedergestreckt, glaube ich. Einer täte 50. Einer ist unter dir, zwei unter dir, zwei unter dir. Facke, die Zone kommt, ey. Nein. Nein. Ich habe zwei niedergestreckt. Und eine ist low. Du kannst die sogar killen, Alter, weil die sind alle low. Ja, ich muss erstmal in die Zone. Ah, stimmt, du stirbst jetzt in der Zone. Du bist langsamer als die Zone, glaube ich jetzt. Er stirbt in der Zone. Egal, alles gut, alles gut. Egal, wenn ich sterbe, ich fange noch welche ab. Kommt, panz, tanz. Tanz, ne Runde. Popcorn. Ne, ganzes Popcorn, Digga, wenn er stirbt. Ja, moin. Ja, aber ich hätte dies nicht geschafft, Alter, ganz ehrlich. Miese Zeichen. Ja, bei der Einer hat er von Headshot kassiert. Aber ich muss sagen, die waren schon ein bisschen scheiße. Irgendwann, die jetzt ist es alle eigentlich noch bumsen können. Ja, mit 9 HP oder wie viel ich da noch hatte. Ne, ich meinte Alcon. Dann hätte er sich fast gebumst, Alter. Gegen 3. Ja gut, hat man gestern gesehen, ne. Das sind 4. Und wer hat der halt eine Sekunde gewartet oder so? Weil die haben sich nicht gerafft, Alcon. Die Loser. Hättest du gewartet, bis sie sich gegenseitig umgebracht hätten. Die haben sich doch schon gegenseitig umgebracht. Joker. Was? Hi. Wollen wir nach Fälschle? Ich muss halt noch mal zu Dingens Nach Launy Ja, dann versuchst du direkt auf dem Turm Ja, klar Da müsste eigentlich immer eine geile Waffe sein Oh, Falk, ich glaube, ich muss noch Wie viele waren es jetzt? Ich glaube noch Fünf Kisten oder vier Ja, dann geht direkt im Turm Turm sind immer zwei Ich gehe hier bei mir Also hier vorne an dem Häuschen, an dem großen Sind hier noch welche? Wieder nicht, wahrscheinlich, oder? Ja, eine Kiste sehe ich da schon mal Sehr gut Ich glaube, es sind sogar echt Ja, es sind sogar zwei Ein Snipergewehr, so, wo seid ihr? So, ich komme da hin Es sind sogar drei Kisten hier Ich befinde nur noch zwei, ja, Moin Ja, Moin Das gehört, Digga Ich brauche nur noch eine Sehr schön Nur noch zwei, nur noch zwei Okay, warte, da kann ich dir helfen Und zwar ist bei mir geradeaus wahrscheinlich auch auf SW An diesem kleinen Häuschen Du weißt, wo dieses Riesenhaus ist, ne? Da ist doch nochmal so ein kleiner Okay, äh Ich glaube, wahrscheinlich wird doch hier eine Kiste sein Alter, gibt's hier auch mal eine Waffe, Mann Meine Fresse, seit drei Stunden suche ich hier nach einer Waffe, Alter Ah ja, meine Fresse, ne geile Pistole, hammergeil Ey, ist doch geil, Joker Hier bei mir ist auch noch eine Kiste Immerhin zwei Schlürfis Joker, hier ist ein M16 Ja, hier ist bei mir noch eine Kiste Und noch eine Shotgun Komm mal zu mir zum Haus, hier sind Waffen Ja, warte, warte, warte Ja, warte, warte Und hier ist auch noch eine Kiste Ich muss jetzt erstmal öffnen Dann brauche ich nur noch die eine Was zum Fick? Junge, eine Kiste Hier ist noch eine Kiste Ja, okay Die sind mehrere Hahaha Nee, alles Und der hat auch so nix Salamalaikum Geil, Digga Du bist ein Türkisch-Unterricht Hahaha 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 Wir lachen uns wegen Türkisch Hahaha 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 Jorkas Lache ist Gleich kommt's Legendär Der ist doch Der ist doch Durchgeknallt Der ist doch Der ist doch Der ist doch Durchgeknallt Joker Du bist durchgeknallt? Burs Salami Ja Komm mal her Jo, warte, ich bin unterwegs Also ich hab dir die Kisten frei gemacht Die müsstest du eigentlich direkt sehen Oh, ne Dreierburst Thank you Na, also das war die Dreckigste, dümmste Gegend ever Noch schlimmer als Salami Lodge Ein Joker Hier sind doch auch noch Sachen Komm doch einfach hier Nimm mal das Medipack mit Ja, warte dann Will jemand noch ein 25er Schildi? Obwohl, braucht keiner, oder? Obwohl, braucht jetzt noch keiner Ah, scheiß drauf, braucht kein Schwein So, nice, hab alles fertig Sehr gut Ich glaube, jetzt habe ich sogar eine Woche drei War es glaube ich jetzt komplett fertig Und Woche zwei und eins habe ich noch nicht mal fertig Perfekt Ja, du brauchst ja nur drei Drei oder vier Aufgaben insgesamt machen Dann hast du 5000 XP bekommen Ja Leute, wir sollten langsam vielleicht in die Zone Weil sonst werden wir gleich wieder abgefangen Oh, ja Wo, 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 wollen wir denn denn hin? Ich brauch jetzt mal eine Waffe überhaupt, um mich zu wehren Weißt du Bei mir sind fein Leute Ja, wie soll ich dir helfen? Ich hab keine Waffe Ja, warte. Ja, Joker, bleib doch mal stehen hier. Ich will dir vielleicht eine droppen. Hier sind welche. Okay, Alka, ich bumse jetzt. Wow. Ja, besser als gar nichts, Mann. Weißt du, Joker gibt sich nichtmals mit einer Dreierbörse zufrieden. Ich dachte, du hast AIM. Ja, AIM. Wenn du eine Dreierbörse hast, ja, aber trotzdem, wenn du AIM hast, Alter, dann zerfickst du mit einer Dreierbörse. Ist halt so. Und du hast AIM, Joker. Ich sag nur die Tabs, die du letztens... Ist nur jetzt scheißegal, lass doch erstmal Alkan helfen. Ach, Alkan ist ja in Lebensgefahr, ne? Tschüss. Wir werden jetzt eh sterben, weil Alkan ist nur gewählt. Ist so, wir müssen sowieso in die Zone. Ich würde sagen, lass mal, warum rennen wir jetzt denn zu Alkan? Zu uns. Ja, Alkan, da ist aber gar keiner. Die sind doch eh safe, auch gegangen. Vielleicht war an, dass seine Sprit... Seine Sprit... Nein, die haben... Nee, da schießt du einer. Hinten... Ja, ich weiß, wohin am Garten, hinten am Garten. Da war auch eine Kiste. Ich komm. Ja, aber brauche ich ihn nicht. Ja, aber nein, ich meine, wie den Gegnern. Ich helfe. Äh... Alter, ich hab keinen Bock mehr auf das... Drecks... Behindertes... Drecksgame, Alter. Warte, ich helfe dir... Junge, immer muss ich 10 Millionen Pams in seine Fresse schießen, ne? Der muss nur einmal. Nee, das will ich wieder beleben, ist Spaß. Äh, ich hab Verbände, wenn du willst. Äh, Alex, hast du das Dingens, hast du das Fullkit mitgenommen? Ja. Junge, ist das ein Hurenkind, Alter. Nein, 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 Alka nimmt das, Alka nimmt das Fullkit. Wir haben keinen Jumppad, oder? Nee, ne? Nee, wir müssen jetzt gehen. Wir müssen jetzt gehen. Let's go to the mall. Dreckspuren zu einem Camper, hoffentlich stirbst du an Krebs. Oha, was hat jetzt Feier damit zu tun? Dum, 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 dum. Stoker. Ich hoffe, wir sind irgendwann mal... Ich hoffe, wir fahren einmal zu Fabi und dann kommt sein Vater und sagt zu uns... Say my name. Say my name. Ich hoffe, das passiert einmal in meinem Leben, ey. Dann wirst du mich aber wahrscheinlich auch sehen. Ey, das ist besser als nichts. Ich will hier noch jemanden. Lul. Aber guck mal, der hatte eh keine Mates, den hat eh keiner gemocht. Naja, den mag auch kein Mensch, Alter. Das ist so ein richtiger Loser, Alter. Der wartet sogar noch, bis Alkan rausgeht. Ah, das ist ein Blut. Ja, Alkan hat den zackstorcht. Nee, Alkan ist auch gestorben. Pst, Alkan hat wenigstens mal die Chance. Und Alkan hat immer noch nicht, dass 100er-Pickchen benutzt war. Alkan behält das, weißt du. Er ist ein richtiger Schlawiner, jetzt zieht uns alle ab. Zieht uns mal am Tisch. Ah, hier, da baut sich einer hoch. Ah, da hinten, ja, ja. Kiste, 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 Kiste. Ja, ja. Wollen wir den jetzt hin? Offentlich, ich schlau auf alles, was wir hier verfallen haben. Mann, warum geht der nach vorne, dieser Huchensohn? Warum ist der Webknopf gedrückt gehalten worden? Egal, Leute, pushen, pushen. Nein, f*** raus. Nicht pushen. Der kommt doch erst zu uns. Ja, der trifft alles, der ist. Ja, und das ist einfach nur lächerlich, Alter. Warum ist mein W-Knopf gedrückt, Mann? Ich verstehe es nicht, Alter. Warum war das zugedrückt? Warum geht der Autor nicht nach vorne? Und da ist noch einer, der geht raus aus der Safezone, dieser Vollidiot. Was sind das für Bastard-Huchensöhne? Haut ab. Oh, der Joker, rechts neben uns ist noch jemand. Ich weiß. Mann, ich kann doch nicht hochspringen, was ist das? Wenn du öfters lädt hast, du drückst, um irgendwo hochzukommen, Alter, da kommst du gar nicht hin, weil du zu fett bist. Ja, so leicht gefahren. Boah. Dum, 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 dum. True story, bro. Ey, ist doch so. Der Gammelte-E unten irgendwo jetzt. Ja, da ist er. Ja, ich brauche Heilung. Attackieren, attackieren. Hast du die Verbände noch, Alkan? Attackieren, attackieren. Hier ist noch oben eine Kiste irgendwo hier oben drin. Ja. Joker, nimm dir mal die Kiste. Vielleicht ist da was drin. Ey, scheiß mal auf die. Wir müssen los, wir müssen los. Wohin? In der Richtung Zone. McDonalds. Hier sind Verbände. Ich hab Verbände. Weil da vorne sind auch wieder welche. Dann müsste das noch weiter. Ja, eben, weil da vorne sind wieder welche. Dann fick jetzt mal auf die. Weil sonst werden wir wieder von zwei Seiten aufrüstet. Hab doch gesagt, da sind noch welche. Mann, ich bin schon wieder gleich tot, Mann. Ich hasse diese drei. Kacke, warum hab ich immer so'n Pech, Mann. Ist doch zum Kotzen, Alter. Es macht keinen Spaß, Mann. Es reicht langsam, Alter. Jedes Mal hab ich nur Pech. Ich krieg die ganze Zeit nur One-Shots. Oder sonst was. Krieg keine gescheiten Waffen. Ich hab nicht mal ein scheiß Schildi mehr. Nix mehr, Alter. Huch in Sohn. Bei mir wurde grad... Es reicht jetzt langsam, Alter, mit dem Dreckspiel. Meine Fresse, Alter. Ich will eine gescheite Waffe haben. Hinter mir. Die Kunft von hinten. Digga, wir reden ja voll über die Brücke. Ja. Ja, der trifft mich. Was denn auch sonst? Äh. Spiel ist absolut lächerlich. Lol. Hä? Von der Seite auch noch. Ach, was für dieses Spiel, ey. Ich mach nimmer mit, Alter. Es macht euch keinen Spaß. Ich hab keine Waffen. Krieg nur Kacke. Jedes Mal. Macht keinen Spaß, Alter. Ja, toll. Äh. No! In einem Lonely Lodge kannst du auf den Arsch meinen. Junge, in Lonely Lodge geh ich nie im Leben mehr hin. Wenn jemand da sagt, ich geh Lonely Lodge, ich hau den auf die Fresse. Ohne Witz. Das reicht mir jetzt langsam, Alter. Weißt, was ich dazu sag? Joker ist jetzt richtig angepisst. Junge, Alter, das war komplett schwul. Einer kämpft durchgehend, der eine ist targettet seine Mutter weg. Ja, da kann man nichts, konnte man nichts machen. Wenn jemand noch Lonely Lodge sagt, Alter, der kriegt aus meinen Snickers in sein hässliches Arschgesicht, Alter. Hä? 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 Ey, Alex? Ich bin voll mit da Lonely. Ja, ich wurde auch mit da. Ja, Mann, lass mal Lonely. Lass mal Lonely. Lass mal Lonely. Komm, Dolphin, kein Tanz nach Lonely, Digga. So tanze ich in Lonely. Damit... Hä? 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 Ja, jetzt kann er wieder lachen, wahr? Nur kann ich nicht. Das ist ja auch lustig. Der Tanz, Alter. Ja, nur wenn wir jemanden da umbringen, den Huchensohn dann aufhängen und dann vor denen so tanzen wie so ein... Ich wünschte, die Leute werden gezwungen, mich anzugucken, nachdem ich die getötet hab. Das wünsch ich mir, Alter. Und dann musst du denen zugucken, wenn sie dich getötet hab. Nee, muss ich nicht. Ich mach... Ich code irgendwas. Ich code das Spiel um, dass sie dann zugucken müssen. Und dann sagst du so, say, man. Ja, und dann zwiel ich... Dann spiel ich extra langsam, schön für die und tanze noch vor denen in der Fresse. Also, so wie ich das mach. Meine Ducucita. Da. Dame Ducucita. So, jetzt gehen wir hier hin oder... Loli. Ich geh hier hin, das ist mir scheißegal. Das ist mir echt lohnt. Das ist mir echt lohnt. Du hast doch schon alle Kisten, oder nicht? Ja, hab ich auch. Ja, aber dann lass mal wirklich da hin, weil... Alex, Alex, das ist da Mosty Meyer. Wenn die zwei dort hingehen, das ist Mosty Meyer. Ja, ja, komm. Nee. Jeder geht... Da wollte ich auch... Ja, dann geh ich ihm mit Joker zu Prison. Damit du Cucita... Also, ich kann da auch alleine... Das Feuer ist immer noch vor. Da werden aber sogar, glaub ich, wenn ich hingehen, weil... Wir spielen Sport. Da sind immer nur behinderte Menschen, die überall... Nee, ich sehe bis jetzt... Doch, eins, zwei, drei, vier... Ja, ein ganzes Team geht flüssen. Entweder flüssen oder Moisy Meyer. Hoffentlich, Alter. Jetzt gibt's erst mal ein 4K. Fuck. Sollen wir nicht lieber zusammenbleiben, Leute? Ja, eben. Ich hab komplett verkackt. Äh... Ich bin hier durch nach... Man, warum gibt's denn keine Waffen, Alter?! Ich hab komplett verkackt gerade. Ja, nur Munition in der Luft! Ja, fuck. Ich hab auch nur Munition. Okay, Granatenwerfer als erste Waffe ist sicher. Sicher. Granatenwerfer als erste Waffe. Das ist super! Das ist super! Ey, ey, ey! Braust du... Äh, Dings? Braust du... Komplett im Arsch! Ja, toll! Ja, ich kann dir nicht helfen, ich hab nur einen Granatenwerfer, Alter! So dumm! Soviel zum Thema geilen Loot! Ja, aber das ist das Ding! Wenn da nur Munition in der... Ach, es ist einfach nur schlecht, dieses Spiel! Es ist einfach nur schlecht! Überall, es ist einfach nur Munition, Alter! Ja, es tut mir leid, was will ich ihn da treffen! Loll, ihr habt ihn eliminiert! Ich hab's hier! Hat er sich farsch gefühlt, der Gegner? Der Joker hat ihn halt echt gelockt! Hat der Gegner sich farsch gefühlt? Ich glaub schon! Ja, das ist safe! Ja, Joker, aber da sind überall welche! Ja, ich hab nur ein Jagdgewerb im Blau! Äh, ich hab nicht mal ne Waffe! Äh, ich hab ne Burst im Blau, komm! Ähm... Oh, der Schotty! Ich dropp das Jagdgewerb! Ich komme! Hier ist noch ne Kiste und ne Schotty! Ne blaue Shotgun! Lurie, wie bin ich da rausgekommen? Wo ist noch ne Schotty? Hier bei mir! Äh, die blaue Ding ist da ganz sind ne! Junge, ich brauch Waffen! Sonst bin ich am Arsch! Die kommen! Passt auf! Ich brauch Hilfe Jungs! Komm zu mir, ich hab nen riesen Koffer für dich! Hä, wo ist die Schotty? Unten! Unten! Äh, unten da wo ich's gebaut hatte! So da drunter! Ich hab aus Versehen gefettfingert! Okay, drop mal! Verbände! Kann ich Verbände! Die kommen jetzt! Die kommen, ne? Die will pushen euch! Ja nimm doch! Joker! Was denn? Ich heil mich grad! Wow! Ich hab den Medi-Kid gedroppt! Du hast den Medi-Kids! Er hat den Medi-Kids! Okay, drop! Hat den mein Shotgun Muni? Ja hier! Äh, hier drunter müsste doch noch irgendwo die Shotgun liegen oder? Ja, aber da war keine Muni drin! Warte! Shotgun! Aufteilen! Ich hab dir jetzt 10 gedroppt! Hoffe das reicht erstmal! Da ist noch ne Kiste! Ja, da ist das abbaust du Spasti! Ne, tu's echt minus 200, Alter! Bro, da ist Munition drin! Er so! Ja, ich brauch Munition! Was macht er? Er baut die Kiste ab! Ey, ich brauch jetzt Waffen, ne? Ich hab gar nichts! Ja, boah! Ich hab keine Waffe! Du hast so ne MP in der Hand erstmal! Ich hab auch nur ein Jagdgewehr und ne Shotgun! Ja, siehste, du hast zwei Waffen, Alter! Da hinten war doch noch ne blaue! Da hinten war noch ne blaue! Ganz hinten, äh, hinter diesem grünen Ding! Wo denn? Hinter diesem grünen Alleinwandtag! Da ist ne Jazz! Äh, u, äh! Kannst du mich mal hochbauen! Äh, rechts! Und ne, grad da aus, oder? Man, ich hab ihn gehittet! Ja, ich kann den ja nicht hitten mit der Kackwaffe! Das ist lost, Alter! Wie war man da durch? Hey, wir sind doch nutz! Ja, aber wie willst du da durch? Ich hab keine Waffe, um die zu pushen! Ich hab nix! Was? Einer ist, hat hinten! 2, 2, 8! Was soll ich die denn pushen mit gar nix, oder was? Jetzt hab ich alle bei mir ruck! Was war das für ne Scheiße! Alles klar, Spiel! Junge! Die Spiele des Diensten lieb! Da auch nur noch deine Mutter! Ja, leck mich am Arschhalter! War klar, jetzt hab ich nur noch meine Schotty! Alter! Was war denn das für ne Drecks, Alter! Küft! Einfach! Ich bin ja so scheiße! Junge! Stirb der mal! Sechs Hits, sieben Meter hat ihn gegeben! Anderes Low! Anderes Niedergestreck! Nice! Boah, Digga, Alter! Ich hab den ersten so ges... Der hat sieben Hits bekommen mit der Shotgun, Alter! Sieben Hits! Ja, ich hab halt nur ne... Gönn dir! Gönn dir! Und loot in Ruhe! Ich hab den Koffer gedroppt! Naja, ich nehm den gleich mit! Äh, das kommt dahin, die Shotgun kommt dahin, Jagdgewehr kommt dahin... Guck mal, das sagt doch schon, alles Treffer zählen! Er nimmt nach Schaden 500, habe Null Kills, alles klar, Spiel! Ha! Hast du Raketen-Muni zufällig? Raketen-Muni? Ne, leider nicht! Ich hab nämlich nen Granatenwerfer! Was hast du denn an Waffen? Ich hab zwei Schottis, eine M16 und einen Jagdgewehr! Also drei blaue Sachen hab ich insgesamt, ich kann dir auch gerne noch was droppen! Ne, schau die von mir aus! Was hast du für ne Shotgun? Ich hab beides, also einmal ne Auto und einmal... Ich brauch ne rote, bitte! Ne rote Power Shotgun! Ja, dann komm her! Und irgendwie ne... Gibt's hier ne M4, Alter? Komm, ich hab die gedroppt! Ja, ich hab ne M... Also M16 meinste, aber... Ja, M16 hab ich jetzt hier! Okay, ja, und hier liegt ne blaue... Nice! Warte mal, wollen wir mal hier nochmal richtig looten? Oder habt ihr schon gelootet gehabt? Ne, konnte ich ja nicht! Ich hab direkt keine Waffe und da waren vier Leute! Da kannst du nix machen! Guck mal, hier haben die nicht mal die Chests mitgenommen, die Vollidioten! Hier sind Verbände! Ich kann die mitnehmen! Ja, schön! Da liegt noch irgendwas T4! Oh, die find die Scheiße! Na, brauchst du nicht, brauchst du nicht! Das ist sowieso blöd, hier! Ich find die Scheiße im Dreck! Ich hab noch fünf Verbände mitgenommen! Ja, okay, dropp die mir mal, da hast du noch Platz! Ich hab ja Platz, ja! Ich kann dir, willst du beide oder alle fünf? Ja, nehm, gib einfach! Alles! Ich nehm, ich trag die dann! Da ist, da ist einer, glaub ich, oder? 294 war, glaub ich, einer! Lass mal hochbauen! Ah, hinterm Berg also! Ja, lass überm Berg bei NW! Na ja! Ja, moin! Ich glaub, da war irgendeiner! Da, da ist es! Ja, da ist es! Ja, da ist es! Ja, lass aber nicht einen mischen, oder? Scheiße, okay! Ich könnte snipen versuchen! Nee, das triffst du nicht! Wenn die, wenn die stillstehen, dann kannst du das machen! Jetzt, jetzt können wir gleich versuchen! Wenn der eine sich da... Oh, fast aber! Ah! Ah! Man sieht da gar nix! Guck mal, die merken es auch hier! Einer hat Tid mit Jagdgewehr! Wo schießen die? Hinten beim Dach bei N! Komm, Piek! Alter, man sieht hier aber auch echt nix, alter! Wegen der Helligkeit! Wir pushen, glaub ich, zwei! Also, nicht zwei pushen, aber unten ist einer noch an diesem kleinen Pennerhäusern! Bei acht! Er baut hoch! Jaaaa! Joa! Hacker! Ach, da! Hinten! Ja! Alter! Einer pusht! Einer pusht von rechts, Nordosten 33! Kommt der! Der will uns ablenken, der Wichser! So! Die wollen uns ablenken! Deine pusht nämlich! Warte, wir stich hier hinterm Baum! Äh, einer bei 15! Alter! Von wo genau, alter? Na, da hat sich hochgebaut, hier! Ja, oben, 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 oben! Bei 34 oben! Ich hau ab, Digga! Ich hab keine Muni! Lass abhauen! Die sind zu viert, man! Ist runter! Ist runter! Ist runter! Der ist runter, der Typ! Wir müssen da! Da ist die Zone, Digga! Ich komm von der anderen Seite! Ja, versuch! Du, ich bleib hier! Ich pusht den ein! Da hinten ist einer! Hier bei NO! Ich glaub, das rafft er nicht, oder? Gibt's gleich! Ja, wir müssen rein, alter! Ja, ich werd wieder nur... Digga, ich hab doch getroffen, alter! Ist das Spiel verarscht?! Vier Hits, genau! Das waren viermal getroffen! Aber noch mehr Scheiße, Dreckspiel, alter! Schlecht gemacht! Ist einfach nur schlecht, dieses Spiel! Viermal aufm Kopf! Genau! Ich schieß Baum an! Genau! Von wo, von wo, genau? Da unten! Lächerlich! Ja, da ist irgendwo unten! Ja, moin! Wie soll ich das machen, alter! Digga, ich bin kein Profi-Spieler, Digga! Ja, die campen! Alter! Ja, der eine kriegt ja auch scheinbar keine Hits seit God Mode an! Ohne Witz, Digga, wäre das nicht mit dem Bauen so, ne? Du bist gezwungen zu bauen! Wenn du nicht baust, verkackst du das Spiel! Ist einfach so! Das ist einfach so! Das ist aber dumm an dem Game, ganz ehrlich! Anstatt dir mal Fights eingehen, nein, alter! Sonst können sie nichts! Sonst hatten die Leute keinen Aim! Die bauen extra, weil die haben keinen Aim, damit sie in Ruhe spielen können! Das ist aber so! Anstatt mal Fights einzugehen, nein, alter! Der Typ, der baut nur! Ja, ich meine, ja, Fortnite ist ja trotzdem da zu bauen! Ja, aber das ist trotzdem dumm! Wenn du keinen Bock aufbauen hast! Ja, die sollen mal vernünftige Fights auch eingehen, also die haben alle... So, was habe ich denn noch für Aufgaben hier? Los, Kim, mach deine schwule Emote! Lass mal gleichzeitig! Okay! Okay, warte! Drei! Drei! Eins! Jetzt! So! Er ist jetzt Nudeln nebenbei!